Ach, an dem Haus. Okay. Hat er nicht. Hat er doch schon. Latouche. Er lebt noch. Er lebt noch. Und er hat die Uhr. Ja. Latou schläft noch und er ist das nächste Ziel. Das ist ein Idiot. Welche vier Männer? Pass auf! Ja. Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Ja. 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 Die hättest du besser nicht einsteigen sollen. Ja. Ja. Ach, guck mal. Wo ist dein Meister? Ach, scheiße. Nein, komm zurück. Ganz haft. Hier geblieben. Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Bitte. Mensch, immer die Leute, die sie sich nicht bedanken. Kann ich bitte nicht mehr, dass das sie ihn irgendwie vorab wieder haben? Das sieht so kacke aus. Am Palast. Hm. Ich sehe halt ein paar Leute. So. Ich kümmere mich jetzt um euch, Pappenasen. Aber das tut immer noch weh. Schön, nicht so weit rum. Packt alles ein, Jungs! Den Bauern hier, Kupfer zu spät, ne? So. Heute witziger... Muss ich mal anders umschauen? Ich weiß, das tut weh, aber muss... Ich muss da lang... Oh, nee, ey. Da unten habe ich eine gelbe Figur gesehen. Okay. Ah. Was war das? Eins, zwei. Kopfschmerzen. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Bürger! Halt! Das haben wir auch erledigt. Jetzt kommen wir ihm nochmal. Äh. Keine Haarlust, bitte. Kopfschmerzen. Okay, erledigt. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. So geil. Und beim Pinkeln gestört. Jetzt kann er A auf dem Töpfe machen. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Was ist hier runter? Habe ich gar keine Lust. Eingang, 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 Eingang. Was ist denn der Eingang? Hä, lol? Musst dich hier nicht lang? Ja, eine Arschbacke hochklammern. Hä? Was ist denn da? Der Eingang, Alter. Oder? So, hier. wir können sich hier beide hier treffen was macht er eigentlich da? Gehe ich Pause oder was? Kommt näher Kommt beide ruhig näher So haben wir auch Ich nehm das Tafelsilber! Das ist ne gute Idee, oder was? Ja, dich nehm ich mit. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Mach mal so. Ist eh tot. Komplett außenrum wieder. Teufel, ist das ein Nerz? Sieht so aus. Stöhnt rum ey, ob der... ...12 Russen schwer ist. Tod. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger... ...und Arno... ...und Arno... ...keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Ja, Vater. ...und... 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 ...und...